Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wieder Kurzreviews und zwar Filme im Januar. Los geht's an dem Intro. Viel Spaß. Ja, heute hier wieder meine Kurzreviews aus den Filmen, die ich im Januar geguckt habe. Schon ein bisschen spät hier. Ich habe das irgendwie komplett vergessen. Und ja, legen wir los. Ich habe glaube ich im Januar ab der zweiten Hälfte ganz schön viel Filme geguckt. Auch einige Serien sogar. Wie gesagt, Punisher hatte ich geschaut. Die zweite Staffel Revue dazu habe ich ja gemacht. Wie gesagt, Links findet ihr wieder hier unten. Dann habe ich mir auch Future Man angeschaut, die Serie. Also kann ich auch nur empfehlen. Gibt es von Amazon Prime. Sehr, sehr geil. Ja, hatte ich erst nicht so gedacht. Die ersten zwei, drei Folgen muss man sich so ein bisschen durchquälen. Wie gesagt, gehen aber bloß eine halbe Stunde. Denn kommt, also wenn man, sage ich mal, ja, viele Filme der 80er, 90er gesehen hat, dann sind da viele Anleihen. Und viele, ja, es ist einfach cool. Ja, es ist einfach cool. Denn gucke ich gerade noch aktuell wieder The Grand Tour. Die dritte Staffel. Richtig, richtig geil schon. Kommt immer jeden Freitag eine neue Folge. Und sonst glaube ich, habe ich nichts weiter an Serien geschaut. Aber kommen wir zu den Filmen. Da habe ich am 1. Januar angefangen hier mit The Hobbit. Also der erste Hobbit-Film. Ja, ich glaube, da mache ich nochmal ein extra Review zu. Ich habe den dritten jetzt noch nicht wieder. Ich kenne die natürlich Extended Version. Ja, die sind super, sage ich mal. Ich spreche mal ganz kurz dazu. Die sind, kommen aber um Länge nicht an die Herr der Ringe Filme ran, muss man mal sagen. Ja, dann habe ich mir den Film Bird Box angeguckt. War ich ein bisschen enttäuscht. Ich fand den wirklich nicht gut. Langweilig, zäh. Okay, gute Ideen gehabt. Aber ich konnte ihm wirklich bloß eine 2 vor 5 geben. Ich fand den wirklich nicht so gut. Der war okay. Aber auch teilweise dumm in manchen Sachen. Was denn schon wieder wehgetan hat. Und ach, das kann ich nicht ab, sowas. Ja, dann nochmal der Hobbit, den zweiten Teil. Ja, dann habe ich mir alle Star Trek-Filme angeschaut. Die alten sozusagen hier. Star Trek, den ersten sozusagen. Dann den zweiten Star Trek, den dritten. Hier auf der Suche genommen ist das Spock. Dann den vierten, den fünften, den sechsten. Ja, den Next Generation, First Contact. Und dann bis zum letzten Nemesis. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal ein Einzelvideo zu mache. Aber ich glaube nicht. Das schaffe ich jetzt auch gar nicht mehr. Darum einfach mal so. Der erste Star Trek, da habe ich eine 3 von 5. Den zweiten, eine 4 von 5. Den dritten, eine 3 von 5. Denn für mich der Beste, der vierte. 5 von 5. Absolut krass. Den finde ich immer noch geil. Denn den fünften, eine 3 von 5. Den sechsten, eine 4 von 5. Den Star Trek Generations, eine 3 von 5. Den erster Kontakt, eine 3 von 5. Und den Insurrection, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch jetzt heißt. Eine 2 von 5. Der war wirklich nicht gut. Und den Nemesis, eine 3 von 5. Ich wusste gar nicht, bei Nemesis, da ist ja hier Dings mit bei. Ach, wie heißt er denn jetzt? Bane, na, wie heißt er denn? Habe ich jetzt gar nicht erkannt. In ganz, ganz jungen. Wie heißt er denn jetzt hier? Wie beknackt hier? Der steht hier gar nicht mehr bei. Tom Hardy, genau. Tom Hardy, genau. Bin jetzt hier auf den Namen gekommen. Ja, sehr, sehr cool. So, machen wir weiter. Dann Elisabeth Harvest hatte ich ja geschaut. Revue dazu habe ich ja gemacht. Denn Upgrade, richtig geil der Film. Revue dazu habe ich auch gemacht. Übrigens habe ich mir den Film jetzt bestellt. Habe den jetzt auch schon bekommen auf Blu-ray. Gibt es übrigens in... Genau. Finnland? Ja, für einen guten Preis. Ja, dann habe ich mir die ganzen alten Batman-Filme angeguckt. Ich glaube, dazu werde ich aber noch ein Video machen. Ja, also die Batman, den ersten Batman hier von 1989. Dann halt Batman Returns und hier Batman Forever und Batman, was weiß ich. Da habe ich nochmal ein Einzelvideo zu machen. Ja, dann war ich im Kino, habe mir den Film Glass angeguckt. Ja, wie gesagt, Revue dazu habe ich gemacht. Ist wieder verlinkt. Dann habe ich mir natürlich Airplane angeguckt. Habe ich ja auch schon eine Revue dazu gemacht. Ist auch wieder unten verlinkt. Dann habe ich mir den Film Catch Me angeschaut. Fand ich okay. Also war okay. Also eine 3 von 5 habe ich ihm gegeben. Ein cooler Film. Hat ein paar lustige Szenen. Aber im Großen und Ganzen hätte man da, weiß ich nicht, hat mir das nicht so extrem gefallen. War okay, wie gesagt. Hatte ein paar coole Lacher. Aber wie gesagt, wenn man dann so einen Film vorher wie Airplane geguckt hat, dann ist das einfach nicht mehr witzig oder so. Ja, ist okay. Kann man sich mal angucken. Dann war ich ja im Kino, habe mir Airplane mit dem Julian angeguckt. Revue dazu habe ich ja auch gemacht mit ihm zusammen. Ja, dann habe ich mir den Netflix-Film Polar angeschaut. Mit, wie heißt er hier? Ich komme jetzt schon wirklich auf den Namen. Metz Mikkelsen. Ich mag den Schauspieler ja sehr, sehr gerne. Polar. Ist auch so ein Film, der, glaube ich, polarisiert. Cooler Übergang. Wie gesagt, ich fand ihn super. Ist ja, wie gesagt, vom Comic. Und das Comic ist, glaube ich, sogar das Original-Comic. War sogar ohne Text. Das ist bloß mit Bildsprache gemacht. Also bloß mit Bildern. Auch in Schwarz-Weiß gehalten. Und nur sowas wie Haare, Drinks, Blut. Ist wohl farbig. Und das hat er wohl sehr, sehr gut eingefangen, sage ich mal so einigermaßen. Weil in dem Film auch Farben eine wichtige Rolle spielen. Er ist schön abgedreht. Und wenn man halt mit diesem Fokus rangeht an diesem Film, dass es ein Comic ist, der ist ja schon cool gemacht einfach. Dann haben sie das schon cool nachgemacht. Und natürlich ein paar unlogische Sachen und so. Aber da habe ich komplett drüber hinweg gesehen. Ich war super unterhalten. Das ist, wie gesagt, da ist immer dieser Unterschied zwischen einem Film, wie sowas wie Jurassic World, den zweiten zum Beispiel, die so extrem, oder Skyscraper zum Beispiel, die so extrem dumm sind, die den Zuschauer für extrem blöd und beklappt halten. Und dann halt so extreme, blöde Sachen auch drin haben. Und die alles zigmal, dreitausendmal erklären wollen. Und dann ist es trotzdem noch schwachsinnig. Polar ist halt so ein Trash-Film, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat halt diese dummen Sachen so extrem nicht drin. Der beleidigt mich als Zuschauer nicht. Und darum, wie gesagt, dann finde ich sowas geil. Ja, der ist natürlich hohl. Und wie gesagt, ist vom Comic. Man darf da nicht große Schlüsse ziehen. Wie gesagt, vier von fünf. Ich fand ihn sehr geil. Denn hier Van Damme, Death Rearant hier. Wie heißt er denn? Mit Stelaner Faust. Sehr geiler Film. Geiler Film von, ich glaube, 1990. Dieser Knastfilm, wo er im Knast ist. Ich finde ihn geil. Ist vielleicht für den heutigen Film, wenn man den heutigen guckt, vielleicht nicht mehr so ganz auf der Höhe. Aber wie gesagt, ich kenne ihn von damals noch. Da fand ich ihn immer geil. Wie gesagt, eine vier von fünf ist ein cooler Film einfach. Ja, dann wieder Batman, Batman. Ja, dann war das ja ja noch schon. So viel war es eigentlich doch nicht gewesen. Ja. Selbst im Februar habe ich noch nicht so viele Filme geguckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Filme erst. Heute ist ja schon der sechste. Obwohl ich Urlaub habe. Oder bis jetzt frei habe. Ja, wie gesagt, das dazu. Ja, das war, was ich im Januar geschaut habe. Und waren wir doch schneller durch, als ich dachte. Ich dachte, es war ein bisschen mehr. Aber ich hatte ab der zweiten Hälfte erst ein bisschen mehr geguckt, weil ich erst nicht so viel Zeit hatte. Ja, waren auf jeden Fall coole Filme dabei. Ja, wie gesagt, zu Batman werde ich noch was machen. Ich will mir auch noch die alten Superman-Filme angucken. Da bin ich auch noch dabei. Ja. Freu dich auf die nächsten coolen Videos hier. Diesem Monat passiert noch einiges hier auf dem Kanal. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ein Update kommt demnächst auch wieder. Jetzt diese Woche nicht mehr. Oh mein Gott. Das Update wird dann, glaube ich, erst am nächsten Sonntag wahrscheinlich kommen. Ich will hier nichts versprechen und hier nicht halten können. Aber wie gesagt, ja, ich denke mal, waren ein paar coole Filme im Januar. Hat schon gut angefangen. Das Jahr im Kino. Ja, Creed wollte ich leider gerne noch sehen. Lief leider bei mir nicht im Kino. Also ist es unverständlich. Hier Robin Hood und dieser ganze Dreck lief alles hier. Aber ja, Glas, Glas sage ich schon. Creed 2 nicht. Aber so wie es aussieht, werde ich dem wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende sichten. Und dann wird dann nächstes Jahr noch ein Review, äh, nächstes Jahr, nächsten Monat, nächste Woche, mein Gott. Nächste Woche noch ein Review dazu nachgeschoben, sage ich mal. Und dann kommt der auch, glaube ich, auch schon langsam. Was kommt noch diesen Monat? Hm, weiß ich gar nicht. Ach so, Alita Battle Angel will ich mir auch noch angucken. Der kommt sogar bei mir im Kino. So eine Vorpremiere werde ich mir auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, seid gespannt. Und ja, wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.